Oh 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 Back to back Black Eyes, back to back Ahhhh Shit, einfach wie die Tarnung von vorhin, nur dass sie weiß ist Ja Mit dem Bandaner Alter du hast mit Black Eyes so eine Pistole gezogen, du hast das Du hast das Blow es wieder Ja Ich hab die gleiche Tarnung nur für die anderen Spiel Was war das? Ich hab's nicht gesehen Irgendwas beschissenes Das ist eine Sau Digga, der skippt es einfach Das ist eine Stange Tarnung, Alter Ich hab's geskippt ey, pack ich nicht Ja Doch, kann Kann man machen, für blau ist es Okay Grün Grün check ich mich nicht an sich so ganz Eine Küre Ja Kann man machen Schon wieder grün, was ist das überhaupt grün? Fäsch Fäsch sieht das irgendwie scheiße aus Hehehe Was ist denn jetzt los Sind ganz okay aus Ich glaub das ist ein scheiße aus dem Auch nur für diesen Skin die ganze Zeit was. Aber es sieht übelst geil aus eigentlich. Grün. Montagne, jo. Jetzt geht's los hier, nur noch grün. Kapital, Alter. Für den habe ich glaube ich noch gar nichts. Das sieht einfach geil aus. Kann man mitnehmen, ist saftig, ist saftig. Ey, das kann doch nicht sein. Ah, für die habe ich jetzt Black Eyes, Alter. Alles scheißigerei für die Waffe. Jetzt geht's aber los hier mit den grauen Sachen. Hallo. Digger, Blitz einfach. Ah, für Ella, Digger. Soll ich Ella Main gehen jetzt? Ey, ich will es dir. Du hast gerade gefühlt ein Jahr verzogen. Für 30 Packs brauche ich ein Jahr oder so. Ah, tschüttet, Digger. Sieht irgendwie scheiß aus. Oh, komm. Ich will jetzt noch irgendwie Black Eyes für die nicht so hässliche Pistole, Alter. Safari, eine, irgendeine Safari-Scheiße. Oder ich stelle vor, ich ziehe Black Eyes für dieses Montagne-Schild, Alter. Oh mein Gott. Boah, das wäre... Gibt es das überhaupt? Ja, ja. Gibt es. Habe ich einmal gesehen. Boah. Das ist so eine Markenmütze. Boah, sieht geil aus. Von, wie heißt die Marke nochmal? Keine Ahnung. Dieses Haar. Ach, Digger, es hat diese Cat-Cast noch, diese Dino-Cast. Aber sieht übertrieben geil aus. Oh, Black Eyes für Montagne, du hast es. Ich mache mit Nase auf. Ach, du Scheiß, wie hässlich. Fuck. Alter, ne. Mach Käse, Digger. Plastik-Owned. Silik- Silikon-Gun. Einfach Silikonspritzpistole. Oh, hatten wir schon lange nicht mehr. Komm, gönn was richtig Saftiges jetzt. Äh. Haus des Geldes? Ne, ist nur das Unterteil. Ich habe Haus des Geldes-Skin gekauft damals. Ach so. Scheiße. Aber kann man mitnehmen. Hätte ich jetzt das Oberteil dazu, wäre es geil. So ein Crash-Test-Dummy oder so. Ja, genau. Duplikat. Oh, saftig. 1300. Hatte ich auch mal ein Duplikat, Rue. Jo, jo. Komm, kann man machen. So Navy Seal-mäßig. Ja, komm, Black-Eyes. Nein, aber ist okay. Die Tarnung habe ich auch. Die ist so geil, Alter. Im Game sieht die geil aus als hier. So. Oh. Für Ella wieder. Kann ich wieder Main gehen? Okay, das letzte Pack, was ich jetzt aufmache, das machst du wieder. Ah, noch eins. Du kannst nicht mit Grau aufhören, das geht nicht. Okay. Mach mit Nase jetzt auf. Ja, so kannst du aufhören. Jetzt Black-Eyes. Ja, ist okay. Ja, komm, mach du weiter. Kann man nehmen, kann man mitnehmen. Jetzt kann ich wieder was machen. Ich kann auch nichts, ich kann die ganze Zeit auch nichts machen. Ich hab Peck, glaube ich, geöffnet. Hast du nicht. Jetzt hast du eins geöffnet. Digga, wie machst du das so langsam, wie geht das? Ähm, rechts, Digga, einfach langsamer machen. Ich muss nicht so schnell machen. Die habe ich schon. Ah, ich stehe dich, Digga. Warte mal, Digga, wie endere ich das denn jetzt mal? Jetzt kann ich was machen. Komm. Rechts, Digga, einfach langsamer aufmachen. Digga, ich drücke mal X. Ja, tschuldig, Digga. Der steht aber erst. Er wird oben. Moin. Ah, weiß, Digga. Hey, jetzt macht das Hack-Opening noch mehr Spaß mit dieser Funktion. Ich mach das immer so, voll geil. Ach, Mann. Jetzt siehst du nur scheiße, Alter. Oh, sieht gar nicht mal so geil aus. Sieht gar nicht so scheiße aus, Digga. Ach, Mann. Jetzt geht's aber los hier schon wieder. Jetzt geht's los. Das grüne wirklich in der Klasse? So wie blau und so? Ja, ich glaube, das ist einfach neu oder so. Ein Wohnwagen. Ein scheiß Wohnwagen. Jetzt wieder X drücken. 50 Packs nur. Wir haben schon 72 Packs gezogen. 72 Packs. So. So. Digga. Ist geil aus. Aber für Ella. Fehler. Also mit der Tarnung muss ich jetzt wirklich Ella main gehen, sag ich dir sowieso. Grün. Grün. Sieht gar nicht mal so geil aus. Digga. Das kann nicht sein. Wir haben... Also ich hab minimum gedacht, dass wir fünfmal Black Ice ziehen. Ja, das ist ja halt so viele halt auch sind, ne? Oh! Schälig. Am meisten würde ich jetzt fühlen, Black Ice für Arze, Digga. Black Ice für Arze. Ah, für Schild, Black Ice wäre schon geil. Das wäre sogar noch saftiger. Ich google das jetzt, ob das das überhaupt gibt. Das gibt's. Das habe ich einmal gesehen, Alter. Oh, das wurde wieder entfernt, weil das ist ultra selten. Das habe ich nur einmal... Oh, Gold. Schon wieder verdient. Ich bin die Fette, Digga. Ich pack das nicht. Ja, jetzt kriege ich wieder blau. Das war jetzt... Immer Gold, das ist immer für die. Das kann nicht sein. Ah, für Mots immer Puse wieder. Oh, Gold. Wenn das jetzt wieder für die ist, dann höre ich auf. Hä? Habe ich schon. Och, Mann. Ey, es gibt eine Handyhülle mit Black Ice, ne? Saftig. Oh, Lila. Inschuldigung, Black Ice. Schon wieder für die. Schon wieder für die. Digga, du hast die gleiche. Ich bin da nicht full, Alter. yön ich bin voyag. Und nicht�� sage, das ist voll zu groß. Du bist ja nicht full, Alter. Dann bin ich Cancel. Töneас Neu... nicht full, Alter.